Wer im hohen Alter noch eine flotte Sohle aufs Parkett legt, ist entweder topfit oder hat einfach nur einen guten Maskenbildner. Denn dieser rüstige Rentner ist in Wahrheit nicht weit über 90, sondern gerade mal 35 Jahre jung. Sein Aussehen verdankt dieses männliche Modell Bernd Staats, dem Chefmaskenbildner der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Das Geheimnis einer guten Maske ist die, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern dass sie auch bespielbar ist. Ich kann stundenlang an einem Protagonisten, einem Sänger, Tänzer, Schauspieler rumarbeiten und anschließend geht der Vorhang auf und er kann sich damit nicht mehr bewegen. Ich habe seine Anatomie zugeklebt. Um die Kunst, eine gute Maske zu machen, ist die, dass der Darsteller hören, sehen, sprechen kann und sich damit so bewegen kann, dass der Betrachter glaubt, das ist echt. Und das ist die Kunst. Die Make-up Artist Design Show in den Düsseldorfer Messerhallen wird sich ganz dem Können von Bernd Staats und anderen internationalen Maskenbildnern widmen. Anders als die gestalterischen Extreme des Maskenbildners sieht es beim Make-up und der Frisur aus. Hier geht der Trend zu elegant und dem Schick der 50er Jahre zurück. Kräftige Farben an den Augen kombiniert mit dezenten Pastelltönen im Gesicht und den Frisuren aus jener Zeit. Überhaupt zeigt sich für Frisur- und Make-up-Profis, dass sich ihre Fachbereiche zwar unterscheiden, aber dennoch ergänzen. Da gibt es natürlich ideale Synergien. Ein Friseur interessiert sich auch für Make-up, wie Sie sagten, macht auch Hautpflege. Es gibt Friseure und Friseurgeschäfte, in denen kann ich die Nägel, die Fingernägel machen lassen. Es gibt Friseure, da gibt es Fußpflege, also da gibt es natürlich auch Synergien. Deshalb haben wir diese Messen auch zusammengelegt. Aber jede Messe hat für ihre Branche, für ihren Besuch eine eigene Identität. Beauty Top Hair Make-up Artist Design Show. Ein umfangreiches Programm, sprichwörtlich von Kopf bis Fuß. Ein umfangreiches medizin. Ein umfangreichesALLY machteumbru Vielen Dank.